Herr Lieben, wir wollen euch begrüßen bzw. unsere Grüße zu euch nach Hause schicken. Wir freuen uns, dass wir in ein neues Jahr gehen und ein wunderbares Jahr auch hinter uns lassen. Come on! Und ich hoffe, dass du echt eine Begeisterung, eine Hoffnung, ein Glauben für 2024 hast. Und wir wollen euch sagen, was Gott uns gezeigt hat für das neue Jahr. Und wir hoffen, dass ihr eure Herzen weit aufmacht und es annehmt und euch das ganze Jahr begleitet. Und ich bin wirklich begeistert. Ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott uns in eine neue Phase, in einen neuen Bereich führen wird. Und ich glaube, dass da eine ganz besondere Offenbarung notwendig ist. Aber keine besondere Offenbarung, eigentlich eine übliche Offenbarung, die wir vielleicht so ein bisschen vernachlässigt haben, aber die Gott mir wirklich wieder irgendwie so stark aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, dass das uns in so viele Durchbrüche führen wird in unserem Leben. und dass wir sehen werden, wie das Königreich Gottes ausgebreitet wird. Nicht nur bei uns persönlich, sondern in unserer Familie, in unserer Umgebung, in unserer Region, Stadt, Nation und sogar weltweit. Ich glaube wirklich, dass es eins der wichtigsten Sachen ist in unserem Leben. Genau. Und wenn wir das erfrischen, was schon da ist und das neue, sagen wir mal, das neue Beleben, das hat schon so viel Kraft. Das ist einfach gigantisch. Ganz genau. Also seid bereit. Ich bin gespannt, was Gott zu dir gesagt hat. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Dankeschön, dass ich anfangen darf. Und zwar, ich bin jetzt kein Typ, der glaubt, dass die unterschiedlichen Bibelferse und die Zahlen, dass die Zahlenkombinationen irgendetwas zu bedeuten haben. Also ich glaube nicht, dass die Bibelferse irgendwie so ein Zahlenhoroskop sind für uns und für uns heute. Aber ich glaube trotzdem, dass uns manchmal Gott einfach durch manche Sachen, die für uns irgendwie seltsam vorkommen oder vielleicht irgendwie überraschend vorkommen, dass er uns an gewisse Sachen erinnert. Und interessanterweise hat er mich dieses Jahr oder seit Wochen, seit Wochen und Monaten spricht er ganz stark über einen Bibelferst, beziehungsweise über zwei Bibelferse, aber über diesen Bibelferst ganz besonders. Und schaut mal, es ist Apostelgeschichte 2024. 2024. Also, wie gesagt, ich glaube, dass es wirklich nur Zufall ist, sozusagen, aber dass Gott diesen Zufall dafür benützt, um uns an eine besondere Wahrheit zu erinnern. 2024. Schaut mal, was da steht. Da ist der Apostel Paulus, ist in Millet und er ruft die Leiter, er ruft die Leiter aus Ephesus, dass sie kommen und sich von ihm verabschieden, beziehungsweise er mit ihnen noch ein paar Gespräche führen kann, aber sich auch verabschiedet, weil er sagt, ihr werdet mich nicht wiedersehen. Ich werde jetzt nach Jerusalem gehen, dort werde ich gefangen genommen werden, dann nach Rom kommen und wie es dann aussieht, müssen wir mal schauen. Aber schau mal, was er sagt in Apostelgeschichte 2024. Er sagt, aber ich erachte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Schau mal, was er sagt. Er sagt, ich erachte mein Leben nicht der Rede wert. Ich glaube, dass das eine Wahrheit ist, eine biblische Wahrheit ist, die Jesus ausgelebt hat, die uns vielleicht auch in der westlichen Welt ein bisschen abhandengekommen ist, ist sein eigenes Leben nicht wert zu achten. Es geht ja eigentlich immer darum, was kann ich mir noch Besseres tun, wie kann es mir noch besser gehen und das Evangelium genau das Gegenteil. Absolut. Die meisten Bücher verkaufen sich auch am besten, wenn der Titel sozusagen... Ich, ich, ich. Ganz genau. Wenn der Titel irgendwie aufzeigt, hey, es geht um mich, es geht um meine Verbesserung, mein Wohlergehen und so weiter. Interessanterweise habe ich von einer Studie gehört, die in den 80er Jahren durchgeführt wurde und dann die Studie wurde vor ein paar Jahren nochmal durchgeführt. Und die Studie handelte davon, die Frage war, denkst du, dass du was Besonderes bist? Und in den 80er Jahren haben 10%, also einer von 10 hat gedacht, er ist, oder hat von sich selbst gedacht, er ist was Besonderes. Wow. Und vor ein paar Jahren, als die Studie wieder durchgeführt wurde, waren es 80%. Oha. Also 8 von 10 Personen haben von sich behauptet und geglaubt, dass sie was Besonderes sind. Und schau mal, jeder von uns ist was Besonderes. Jeder von uns, die Bibel sagt es in Psalm 139, jeder ist auf eine wundervolle, wunderbare Art und Weise perfekt gemacht von Gott. Das heißt, jeder von uns ist besonders. Aber wenn diese Besonderheit darauf beruht, dass ich Lob, Anerkennung bekomme, dass es immer darum geht, dass es mir besser geht, dass das was mit dem Besonderes zu tun hat, zu was das führt, ist dann Individualismus, Egoismus und sogar Nazismus. Und statt, dass du erfüllt wirst, wirst du eigentlich komplett leer. Du willst noch mehr und dass es noch mehr um dich geht. Ganz genau. Wenn du unzufrieden bist, denkst du, es muss noch mehr um dich gehen. Und dafür sind wir nicht geschaffen worden. Ja, krass. Dafür sind wir nicht gemacht worden. Und das ist eins von den Dingen, wirklich, was ich glaube, dass in 2024 Gott neu beleben wird, ist dieser Gedanke, sich sein eigenes Leben nicht wert zu achten. Das bedeutet nicht, dass du nicht wert bist. Das bedeutet auch nicht, dass du nicht besonders bist. Das bedeutet nur, dass das Besondere an deinem Leben Gott ist, der besonders ist. Und um das geht es. Das ist diese Besonderheit unseres Wesens, ist, dass wenn wir Gott besonders achten, besonders schätzen, wenn Gott besonders ist in unserem Leben, das ist das, was uns besonders macht. Und schau mal, er sagt, ich erachte mein Leben nicht der Rede wert. Warum? Damit ich meinen Lauf vollende. Wir werden unseren Lauf nicht vollenden können, wenn wir denken, die Welt dreht sich um uns. Wenn wir denken, dass das Besondere an uns ist, wenn wir gesehen werden, wenn wir geachtet werden, wenn wir gelobt werden, wenn wir wertgeschätzt werden, wenn wir sozusagen die Schulterklopfer bekommen, das ist nicht das, was uns hilft, unseren Lauf zu vollenden. Unser Lauf werden wir vollenden, wenn wir unser Leben nicht wertschätzen und nicht wert achten. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Das ist der zweite Bibelferst. Oh, das kommt jetzt beim Sagen. Ist alles gut, alles gut. Der passt so schön. Und deswegen möchte ich einfach ermutigen, einfach an diesen Ort wieder zu kommen, weil das ist das, was Jesus erlebt hat. Jesus war das Besonderste, ist das Besonderste, was es gibt. Ich meine, Jesus ist so krass. Aber er erachtete sein Leben nicht wert. Warum? Um es zu geben für all die, die an ihn glauben, dass sie ewiges Leben haben. Und das ist ein Vorbild für uns. Und das muss ein Vorbild für uns immer sein, dass wir unser Leben nicht wertachten, beziehungsweise bereit sind, unser Leben aufzugeben. Und das klingt so schön, aber es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, weil jeder von uns kennt es, dass wenn dir irgendetwas nicht passt, wenn du irgendwelche Gefühle hast, wenn du denkst, okay, es müsste anders laufen und so weiter und es ist gar nicht so einfach. Aber das ist eine besondere Offenbarung, die so auf einer biblischen Grundlage steht und die so wichtig ist für die Zukunft, für die Gemeinde, dass wir sie einfach neu ergreifen wollen. Ja, das ist einfach ein anderer Lifestyle. Wenn es nicht mehr um mich geht, genau, einer achtet in anderen Höhe als ich selbst, schaue nicht auf das, was das Sein ist, sondern auf das, was das Anderen ist. Und gerade für die Weihnachtszeit und so weiter, da geht es darum, was kann ich leckeres essen, was kriege ich für tolle Geschenke, was weiß ich, 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 ich. Und das ist ein guter Zeitpunkt für das neue Jahr zu sagen, hey, genau, wir gießen uns aus. Amen. Das Evangelium für Jesus. Amen, weil darum geht es. Darum geht es. Und dieses sich selber nicht wert zu achten, ich finde das, ich finde das Hammer, das begeistert mich. Wobei du natürlich jemand bist in Christus, sich selber nicht wert zu achten, das klingt wie ein kleiner Fußabdreter, genau. Aber es geht darum, dass ich das, was ich bekommen habe von Gott, einfach ausgieße von ihm, gell. Weil es war, um was es geht, damit ich meinen Lauf vollende, den ich von Christus empfangen habe, wir können nicht, wenn wir an unserem Leben festhalten, wenn wir daran festhalten, dass wir wertgeschätzt sind, dass wir die Plattform bekommen, dass wir gesehen werden, dass wir geachtet werden, dass wir gelobt werden, werden wir unseren Lauf nicht vollenden können. Warum? Weil wir dann zu beschäftigt sind mit uns selber. Und wer denkt nicht, eigentlich hat man noch gar nicht entdeckt, was in mir ist und was ich alles kann und was ich alles vergaben habe, aber darum geht es gar nicht. Absolut nicht. So, bevor du jetzt deinen Kaffee nimmst, dein Tee zu dir nimmst, was hat er zu dir gesagt? Ich dachte, du hast noch einen zweiten Teil. Habe ich. Also genau, was mich voll angesprochen hat fürs neue Jahr, ist der Psalm 91 und ich denke, die meisten von uns kennen auf jeden Fall den Psalm 91 und den sollte man kennen und viele haben ihn auch schon auswendig gelernt und manchmal merkst du, ich kann ihn gar nicht mehr so gut, kann ich euch einfach nur ermutigen, auswendig zu lernen. Aber der fängt einfach damit an, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und da steht jetzt einfach, wer im Schutz des Höchsten wohnt, das heißt nicht, dass ich weiß, dass es Gott gibt und dass ich meine Bibel lese und so durch meinen Tag gebe, aber eigentlich im Großen und Ganzen ohne Gott, sondern das heißt so, genau wie du jetzt deine Bibel hier vor dir hast, ich nehme sozusagen aktiv das Wort und ich stelle mich drunter. Genau, ich wohne, ich habe das Ding, das ist kaputt. Okay, das ist ein Schirm, nicht unser Studio hier. Genau, also genau, Gottes Wort geht nicht kaputt, aber mein Schirm ist tatsächlich kaputt gegangen, der Tester war auch schon kaputt, egal, ist nicht mehr zugegangen. Jedenfalls, dass ich unter Gottes Schirm bin, das muss ich aktiv machen, dazu muss ich den Schirm aufmachen. Und Gottes Schutz ist eigentlich immer zur Verfügung, aber manchmal merken wir es nicht so. Und die einen oder anderen haben es im Newsletter gelesen, die einen oder anderen hat es vielleicht auch so mitbekommen, ich hatte eine Nasen-OP, weil ich war so schlau, dass ich im Crossfit gegen die Wand gehüpft bin und mir da die Nase gebrochen hatte, kurz, die dann Gott erstmal geheilt hat, aber die wurde nicht gerade gemacht und das habe ich jetzt machen lassen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der Schmerzen mag. Und als die Nase das erste Mal gebrochen war, hatte ich komplett keine Schmerzen, waren Wunde, habe voll lange in Sprachen gebetet, waren gar keine Schmerzen. Und dann vor der OP, weil ich eben auch, also ich mag nicht nur Schmerzen, sondern ich habe auch schon Angst, bevor Schmerzen kommen können. Also manchmal sage ich schon, au, bevor. Es könnte ja wehtun. Genau, es könnte wehtun. Und ich gehe jetzt sozusagen auf eine OP zu. Und ich muss einfach sagen, wenn ich dann auf eine OP zugehe, dann klammere ich mich noch mal mehr an Gott, so wie ich mich genau in dem Psalm 91 an dem Schirm hier klammere. Ich glaube nicht, dass Gott mich mehr geschützt hat als sonst, aber ich glaube, dass ich mich mehr ausgestreckt habe nach dem Schutz und in dem Weg mehr erfahren habe. Und das war einfach stark, weil ich so einen Schutz hatte in dieser OP-Zeit. Und wir sind manchmal so ungeschützt, weil wir das nicht aktivieren. Weil wir eigentlich, also genau, du brauchst ja nur ein bisschen in die sozialen Netzwerke reingehen und dann wirst du sowas von beunruhigt, weil die Welt geht ja sowieso, also die ging schon unter, als ich jung war, genau, war schon alles ganz schlimm und furchtbar und die geht jetzt auch schon wieder unter und alles ist ganz schlimm. Aber wenn du tatsächlich unter Gottes Schutz bist und dich gar nicht so zulaufen lässt mit diesen ganzen negativen Informationen, dann wohnst du anders, dann lebst du anders, dann geht es dir anders. Du musst es aber aktivieren. Und wir aktivieren so gerne alles andere und dann am Schluss beten wir noch schnell, oh Gott, schütze mich, aber in uns haben wir Unfrieden, aber wir müssen uns positionieren für Frieden. Ja, voll gut. Und der, um Psalm 91 ist nicht, der Herr ist mein Hirte. Gibt es nicht da drauf? Einfach so auf Spaß. Sondern, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und das ist ein guter Ort. Amen, Amen. Finde ich mega. Finde ich auch mega. Und wieder, die Kombi ist ja schon auch, okay, ich finde, wo steht es im 1. Petrus, glaube ich, Kapitel 3, wo die Bibel sagt, dass wir sollen uns nicht Sorgen machen, sondern wir sollen unsere Sorgen auf wen werfen? Auf ihn, genau. Auf Gott, genau. Weil er sich für uns sorgt. Richtig. Aber davor steht, wir sollen uns unterordnen unter die Mächtige Hand. Und dann sind wir geschützt. Ganz genau. Das heißt, wir ordnen uns unter. Wir müssen unser Leben einfach ihm zur Verfügung stellen. Wir müssen unser Leben unter seinem Schutz leben. Aber das bedeutet, dass wir Sorgen, dass wir Nöte, dass wir Ängste, dass wir auf ihn werfen. Und so wie du gesagt hast, ich muss das ergreifen. Das ist nicht so, ich glaube daran, dass da irgendjemand ist. So theoretisch, genau. Sondern dieses Werfen ist wirklich nicht so eins, so ein bisschen von sich werfen, sondern es ist wirklich mit ganzer Kraft so weit wie möglich wegwerfen. Also das benötigt einfach eine gewisse Aktion und Anstrengung. Und das finde ich einfach super, super wichtig für 2024. Schau mal, Matthäus 16, 24, da steht. Nochmal 24, du bist echt gut drauf. Stimmt, 16, 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, was muss er machen? Sein Leben hinlegen. Sich verleugnen. Sich verleugnen. Verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Schaut mal. Jeder von uns hat ein Kreuz. Jeder von uns hat ein Kreuz. Nicht nur Jesus hat ein Kreuz. Jesus hat uns aufgezeigt, wie man sein Kreuz trägt. Und Gott sei Dank, die wenigsten von uns und die meisten von uns werden das nicht erleben, was Jesus erlebt hat. Das ist so cool. Aber jeder von uns hat trotzdem etwas, was er auf sich nehmen muss. Eine Bestimmung, eine Berufung. Aber diese Berufung hat was damit zu nehmen. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Die Sache, das ganze Ding, unser Leben handelt nicht davon, dass wir erfüllt werden. Handelt davon, dass wir uns entlernen. Dass wir unser Leben aufgeben. Dass wir unser, dass das, was uns was ausmacht, dass wir das komplett niederlegen. Und das finde ich sowas von, ich habe es dir schon gesagt vor ein paar Tagen, der erfüllendste Gedanke, den ich wirklich in den vergangenen Wochen und Monaten habe, ist dieser Gedanke, sich aufzugeben. Sich aufzugeben. Wirklich. Mein Leben nicht der Rede wert zu achten. Das ist irgendwie, das gibt mir so Gänsehaut. Jedes Mal, wenn ich daran denke. Weil das Leben handelt nicht davon, dass wir nach Erfüllung suchen. Sondern es handelt davon, dass wir unser Leben aufgeben und das ist das, was uns Erfüllung bringen wird. Aber das ist eine ganz andere Erfüllung, wie das, nachdem wir aus sind. Und er sagt, was sollen wir machen? Wir sollen unser Kreuz aufnehmen und wenn wir unser Kreuz aufnehmen, dann werden wir uns selbst aufgeben und wenn wir uns selbst aufgeben, werden wir Erfüllung finden. Ja, das ist das Krasse. Genau, das heißt, die Erfüllung finden wir nicht, indem wir Erfüllung suchen, sondern indem wir uns aufgeben. Und dadurch werden wir Erfüllung nicht nur finden, sondern wir werden sogar erfüllt werden von Christus. Und das ist wirklich, ich finde es, wir werden in unserer ersten Serie im neuen Jahr handelt über die Gerichtsselle Gottes. Wie können wir sozusagen den Feind, der versucht uns einzuschränken, den Feind, der versucht unser Leben zur Hölle zu machen, wie können wir ihn zum Schweigen bringen? Und in Offenbarung 12 steht, dass sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, das Zeugnis. Ne, warte mal. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Bis zum Tod. Bis zum Tod. Das ist eins der entscheidenden Dinge, um den Teufel wirklich, den Raum, den er vielleicht sogar gewonnen hat in deinem Leben, in diesen Raum wieder zu nehmen. Das Entscheidende wird sein, ist sein Leben nicht der Rede wert zu achten. Weil wer sein Leben, das ist das, wie sie überwunden haben. Sie haben an Jesus festgehalten. Sie haben ein Wort des Zeugnisses gehabt für Jesus, aber dann, sie haben ihr Leben nicht wert geachtet bis zum Tod. Und so werden wir wirklich 2024 erleben, dass eine krasse Grundlage sein wird für weitere Jahre, weitere Jahrzehnte, um das Königreich Gottes auszubreiten. Aber wir müssen damit wieder anfangen. Wir müssen wieder wirklich einfach zu dieser Einfachheit des Evangeliums kommen, wo es darum geht, sein Leben nicht der Rede wert zu achten, sein Leben aufzugeben für Christus. Nicht nach Erfüllung zu suchen, sondern nach Entleerung, nach Selbstaufgabe zu suchen, damit Gott uns erfüllen kann. Und das ist es wirklich, was wir euch mitgeben wollen. Das ist der Ort, wo wir unter dem Schutz des Höchsten wohnen, unter dem Schatten des Allmächtigen, ist der Ort, wo wir uns selbst aufgeben, wo wir unser Leben nicht der Rede wert achten. So werden wir unsere Berufung erfüllen, so werden wir unser Leben verlieren, aber um es zu gewinnen. Ich finde, das passt auch voll gut. Den Spruch, den wir ja eigentlich alle auch kennen, geben ist seliger als nehmen. Und da denkt man halt immer so ans Opfer geben oder so, aber es passt einfach auch aufs Leben, aber wirklich auch, genau, viele von uns haben ja jetzt einfach auch in der Weihnachtszeit gegeben. Wir waren jetzt vor, genau, ein paar Tagen sind wir gegangen, haben unser Auto vollgeladen, einfach mit Sachen für eine Feier für die Berber hier in Esslingen. Also die Menschen, die ohne Wohnung sind, ohne festen Wohnsitz. Und ich hatte so eine Freude dabei, die Mandarinen auszuladen und die Lebkuchen und so weiter. Und einfach, wir haben die Leute richtig gestresst, weil wir so viel Zeug gebracht haben, dass die sich darum kümmern mussten, aber die haben sich einfach so gefreut und das macht so Spaß oder wenn du nach Uganda gehst und du nimmst Dinge mit und du freust dich schon drauf, wenn du das weitergeben kannst. Und du siehst dann eine, genau, eine Lehrerschaft, die waren so dankbar, die haben gesagt, hey, wir haben für einen Laptop gebetet, das ist eine Gebetserhöhung für uns. Und das gibt so eine Freude. Geben ist seliger als nehmen. Wir denken alle, wir brauchen noch so viel Zeug, aber es macht so viel Freude, einfach zu geben, sich auszugießen. Das Lebensmotto ist gut. Die in unserem Haus, die die IGE regelmäßig besuchen und vielleicht die auch regelmäßig einschalten, ihr wisst, der ganze Dezember geht bei uns darum, alles, was bei uns reinkommt, geht auch in die Mission. Das heißt, alles, was bei uns im Dezember reinkommt, all die Segnungen, all die Opfer, alles, was an Finanziellen bei uns reinkommt, wird auch im Dezember wieder rausgehen in die Mission, um denen zu helfen, die es nötiger haben wie wir, die nicht so viel haben wie wir, die auch in Umständen leben, wo sie ja von Tag zu Tag, ehrlich gesagt, nicht wissen und Gott glauben müssen für Versorgung, nicht wissen, woher es kommen wird. Und deswegen wollen wir den letzten Tag im Jahr nochmal nehmen, um wirklich einfach großzügig zu geben, um unsere Geschwister in anderen Ländern, wo es denen nicht so gut geht, die in Verfolgung, die in Nahmut, die in Hunger und Leid, in Gefängnissen einfach genau aushalten müssen, dass wir sie mit unserem Geben unterstützen. Und deswegen, lasst uns gemeinsam, hey, ich möchte einfach einen Moment nehmen, dass Gott zu dir sprechen kann. Was ist das, was du geben willst? Was ist das, was du geben kannst? Was ist das, was Gott dir aufs Herz legt und was dir Freude macht, zu geben? Und lasst uns großzügig sein, um unsere Geschwister zu segnen in den Ländern, wo es ihnen finanziell nicht so gut geht, wie uns hier in Deutschland. Amen. Amen. Halleluja. Isa, würdest du für dieses Opfer beten, dass es einfach in die Hände von Jesus kommt, dass zwar die große Summe, die wir geben werden, dass es noch multipliziert wird und noch so viele Menschen mehr ernährt und unterstützt. Jesus, wir danken dir, dass du uns Finanzen anvertraut hast und dass wir deine Verwalter sein dürfen. Und wir wollen dir einfach mit Freude dieses Geld geben, das, was du uns gegeben hast, um es dahin zu senden, wo du möchtest, dass es hingeht, an unsere Geschwister, an unsere Familie in Asien, in Afrika, bis an die Enden der Erde. Vater, dieses Geld soll einfach wandern bis ans Ende der Erde und Veränderung bringen und Hoffnung bringen und Ermutigung bringen. Und Herr, wir segnen das Opfer und wir segnen jeden Einzelnen, der gibt. Vater, dass Freude kommt, wo wir uns ausgießen und wo wir sagen, hey, ich gebe doch noch mal mehr, als ich mir vorgenommen habe, weil der Heilige Geist an meinem Herzen zieht. Und Herr, wir wollen einfach ein großes Opfer in die Mission senden, ein großes Opfer an unsere Geschwister, die so viel weniger haben. Und wir wollen uns auch qualifizieren als Verwalter, denen du viel anvertrauen kannst. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden Euro, für jeden Cent, der gegeben wird, für jeden Hunderter, für jeden Tausender, für jeden Zehntausender. Ich preise dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, genau. Ich habe mich gerade erinnert an einen Teil meiner Botschaft, ist, dass Finanzen, die wir in unseren Händen haben, Finanzen sind nicht dafür da, um in Besitz genommen zu werden, sondern um benutzt zu werden. Ja. Weil wir können Finanzen, wir können Geld nicht besitzen. Es ist dafür da, um es zu benutzen, um sozusagen im Himmel einfach etwas in Empfang zu nehmen, was Ewigkeitswert hat. Amen. Amen. Hey, wir wünschen euch einen tollen Rutsch ins neue Jahr 2024. Oder falls du die Botschaft erst in 2024 anschaust, wir wünschen dir ein gutes, frohes, fantastisches, gesundes, dich ausschüttendes, gesegnetes, voller Liebe und Freude erfülltes und dich selbstaufgebendes Jahr 2024. Wir lieben euch. Wir lieben euch.